Hallo zusammen, hier ist wieder heute Tscher da und heute bin ich wieder für euch in Battle for Esrod unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Und zwar schauen wir uns heute mal an, was im Jahr 2019 neu ist im Valentins-Event von World of Warcraft so ansteht. Und zwar heißt das ja hier Liebe liegt in der Luft und geht vom 12. bis zum 26. Februar. Und zwar haben wir da ja nur ein einziges Toy, was neu ist. Und da können wir gleich mal beim Händler vorbeigucken. Hier in Ogrimmar ist aber auch in jeder anderen Hauptstadt, sowohl bei der Horde als auch der Allianz, ja, hat man einen hingesetzt und die verkaufen neben allen möglichen alten Sachen, was wir hier sehen, irgendwelches Parfüm, was, ja, so kein Mensch eigentlich braucht Gutes. Es bringt Stats, ne, hier 100 sogar. Hm, vielleicht soll ich es doch mal benutzen, sehe ich gerade so. Man kann sich dann halt, ja, auch alte Toys kaufen, wo ich auch schon Videos drüber gemacht hatte, beziehungsweise Pets, hier diese Upgrade-Items für die Elum-Items. Und es gibt auch ein Maun, was man auch im Auktionshaus verkaufen kann. Was wir uns aber angucken wollen, ist heute hier ein neues Toy, und zwar Cupidos Herziger Ruhestein, so rum. Und den können wir uns kaufen für 150 von den Abzeichen. Und zwar Zeichen der Liebe heißen die. Und diese können wir auf verschiedenen Wegen erspielen. Wir können über tägliche Aktivitäten etwa um die 30 erspielen. Und zwar ist es so, dass in jeder Hauptstadt es eine Quest gibt, die wir jetzt hier auch mal kurz annehmen können. Und zwar können wir direkt hier einen Okrima annehmen und wir müssen zu Sorrowfang gehen und ihm hier einen hübschen Glücksbringer bringen. Wie wir den kriegen, werde ich gleich noch drauf eingehen. Der steht hier drin, das Face dann hier auch so rum, hat dann hier Garrosh stehen, Sorrowfang und Sylvanas, also drei Anführer gleichzeitig, kann das hier dann abgeben und kriegt fünf von den Abzeichen hier. Das können wir insgesamt viermal machen, also quasi einmal in Under City, einmal in Silbermond und einmal hier in Thunder Bluff. Also, wie heißt denn das auf Deutsch? Donnerface, genau. Genau, hat man dann insgesamt fünfmal vier zwanzig Abzeichen. Dann gibt es hier noch einmal eine Quest, die man auch quasi annehmen kann, die habe ich heute schon gemacht, dass man insgesamt hier zehn Leute besprühen muss und dann bekommt man auch fünf Abzeichen. Heißt, durch die zweite Daily, die man annehmen kann, die ist übrigens, gibt es in jeder Hauptstadt die gleiche, also man kann auch nur in einer Hauptstadt diese machen, heißt, haben wir insgesamt 25. Dann kriegen wir nochmal welche Abzeichen, wenn wir hier quasi, ja, die Daily für das Dungeon machen, wo man auch die Liebesrakete theoretisch gedroppt bekommen kann und wenn man die das erste Mal am Tag macht, gibt es so eine Schachtel und in der Schachtel sind irgendwas zwischen zehn, zwischen fünf und zehn Abzeichen drin. Also, wenn es schlecht läuft, hat man fünf, also plus die 25, die wir vorher schon hatten, etwa 30. Kann man sich dann am Tag erspielen über, ja, Daily-Aktivitäten. Das ist aber Char-weise, also sprich, ihr könnt, wenn ihr hier einen Haufen Zeug farmen wollt, mit jedem Char quasi dieses Zeug daily machen. So, wie bekommen wir jetzt einmal diese Glücks-Armreifen, die wir brauchen, oder hübsches Glücksbringer-Armreifen, genau so rum heißt das Ding. Das kriegen wir, indem wir hier die, ja, Dailies annehmen, dann gibt es nämlich auch ein bestimmtes Item, und zwar haben wir das hier unten, Sammelset für hübsche Glücksbringer, und mit diesem Sammelset, wenn wir damit bewaffnet sind und Mobs umhauen, die uns EP bringen würden, heißt, bei einem Char, der 120 ist, alles, was zumindest noch 110 ist, heißt, ja, grün zumindest noch angezeigt wurde, wenn ihr die umhaut, habt ihr eine Chance, dass ihr diese Teile hier bekommt, und zwar hübscher Glücksbringer, und mit zehn hübschen Glücksbringern können wir uns einen Armreif basteln. Und den können wir ja hier für die Quest zum Beispiel abgeben, wo wir dann fünf Dinger kriegen, und wenn wir welche drüber hinaus gefarmt haben, wie ich das jetzt hier habe, können wir die auch direkt in die Zeichen der Liebe umtauschen. Ich habe jetzt halt, ja, nochmal ein paar in den Inventar, und die tausche ich jetzt mal ein. Das geht auch relativ schnell, bloß das Umwandeln von den Zähnen, das eine Ding dauert relativ lang. Ja, wo ihr die am besten farmt, kann ich euch auch sagen, und zwar habe ich da schon ein Video gemacht, im Auge von Asshara gibt es einen ganz guten Spot, wie das genau funktioniert, werde ich euch das Video verlinken, ist extra jetzt für 2019 gemünzt, also quasi für 120. Es gibt auch viele Spots für Low-Level, also ihr könnt auch diese ganzen Geschichten mit einem Level-5er-Chart theoretisch auch schon machen, und irgendwelche Low-Mobs umhauen, die sterben halt relativ schnell, kann man auch machen. Ich mache es aber lieber mit einem Max-Level-Chart, weil ich mit dem die Kiste eh dabei habe, und dann mit allem Content quasi, den ich auch, wenn ich World-Quests oder irgendwas mache, kriege ich ja auch diese Glücksbringer quasi. Gut, jetzt haben wir insgesamt 150 von den Dingern, ich habe das genau abgezählt, ja. Jetzt kann ich mir einmal das Toy kaufen, und das werden wir uns auch testen, da laufe ich ein bisschen jetzt mal von den anderen Mobs weg. Wir lernen das mal und schauen uns das an, das müsste nämlich ein Ruhestein sein, so wie es auch schon die anderen Toys waren, jetzt im Schlotternacht-Event, beziehungsweise im, ähm, ach, da ist einer von meiner Gilde, die Leute verfolgen mich, der Trollfetzer. Ja genau, ihr seht, ich setze den Ruhestein ein, und ich habe halt hier eine besondere Animation, quasi wie, wie Amor, der schießt. Ja, ist cool, auf jeden Fall. Wenn, wenn ihr das, wenn ihr eins, oh fuck, jetzt habe ich das nicht rechtzeitig abgebrochen, wenn ihr eins von diesen Toys habt, dann ist es quasi so, dass ihr euren Ruhestein auch wegschmeißen könnt, und spart euch halt einen Taschenplatz, ja, solange ihr den nicht ändern wollt. Den Ruhestein könnt ihr bei jedem Gastwirt jedes Mal wiederholen, und ihr könnt dann quasi, äh, über diese, über diese Toys aus dem Toybox, also hier Altvater Winter war auch eins, einfach rausziehen, und darüber quasi porten, und braucht keinen wirklich mehr im Inventar. Ob man den einen Slot jetzt wirklich braucht, sei jetzt mal dahingestellt, ja, also es gibt jetzt anscheinend von, von jeglichen, oder fast von jeglichem Eventen eigenen Ruhestein-Skin quasi über Toys. Genau. Ja, das war es soweit mit dem Video. Zum Mount kann ich vielleicht jetzt nochmal kurz was sagen, und zwar die Liebesrakete, die gibt es natürlich in der Instanz, da werde ich jetzt nicht nochmal extra einen Mountguide machen, ich denke mal, ich müsste irgendwann mal schon einen gemacht haben, genau, und das ist ja jetzt auch nicht neu in diesem Jahr dazu gekommen. Genau. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen, und falls ihr den Farmspot sehen wollt, ich werde euch das Ganze einmal verlinken, könnt ihr mal reingucken, meines Erachtens einer der, ähm, besseren, beziehungsweise nicht sogar der beste Farmspot, den ich so gefunden hatte. Gut, euer Tela, bis zum nächsten Mal, und ciao!